Radio Essen, der Tag in 5 Minuten Am 17. Februar mit Anja Wölker. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein Piepen, was nicht mehr aufhört. Das hat die Essener in der nördlichen Innenstadt heute wachgehalten. Kein kaputter Wecker, sondern ein Kran auf einer Baustelle an der Segerothstraße. Der hat einen Windsensor. Wenn der Wind zu stark ist, fängt der an zu piepen. Viele Essener haben deshalb die Polizei angerufen, weil der Windsensor mehrere Stunden lang gepiept hat. Bis er irgendwann von selbst aufgehört hat. Das gleiche Problem gab es schon letzte Woche bei Sturm Sabine. Jetzt setzt die Baufirma einen Dimmer an den Pieper. Wenn es einen Alarm gibt, dann soll er zumindest für die Nachbarn nicht mehr zu hören sein. Außerdem bekommt der Bauleiter bei einem Alarm eine SMS auf sein Handy. Der kann dann einen Kranfahrer anrufen, damit er den Alarm abschalten kann. In gut einem Monat soll der Kran aber sowieso wegkommen. Sturm Victoria hat aber nicht nur das Piepen ausgelöst. Insgesamt gab es bei uns 34 Einsätze wegen des Sturms, sagt die Feuerwehr. Unter anderem sind Bäume umgefallen und Dachziegel haben sich gelöst. Verletzt wurde dabei aber niemand. Der Countdown läuft. In knapp vier Monaten startet die Fußball-EM. Deshalb gibt es jetzt schon die ersten Pläne fürs Rudelgucken bei uns in der Stadt. Wer wirklich alle Spiele schauen will, der kann wohl zum Seaside Beach an den Baldeneysee fahren. Da gibt es jedes Mal ein großes Public Viewing. Zumindest die Spiele von Deutschland könnt ihr in der Dampfe in Borbeck, der Finca und Barcelona in Steele und im Extrablatt am Kennedyplatz schauen. Das Eröffnungsspiel wird in der Weststadthalle übertragen. Ganz ausgepfeilt sind einige Pläne aber nicht. Die TAS hatte in der Vergangenheit Public Viewings in der Grugerhalle und auf dem ehemaligen Speditionsgelände in Rüttenscheid veranstaltet. Die überlegt aber noch. Lkw, die unter einer Bahnbrücke feststecken. Von denen gab es immer wieder welche an der Elisenstraße in Frillendorf. Eigentlich wird schon frühzeitig davor gewarnt, dass die Brücke ziemlich niedrig ist. Das ignorieren einige Lkw-Fahrer aber einfach, dann fahren sie sich fest. Jetzt gibt es eine Lösung für diese gefährliche Brücke bei uns in der Stadt, denn dort wird gerade eine neue Fernwärmeleitung verlegt. Gleichzeitig wird der Asphalt unter der Brücke einfach tiefer gelegt, dann kommen auch die großen Lkw einfach durch. Ende März sollen die Arbeiten fertig sein. Jetzt ist es auch ganz offiziell. Die ERG-Stiftung und der Energiekonzern E.ON kaufen das Kolosseum im Westviertel. Geplant ist ein Zukunftszentrum, in dem mehrere junge Unternehmen und Start-ups arbeiten. Bodyguard, Tanz der Vampire, das ist alles Geschichte. Vorbild für das Zentrum ist die Factory Berlin. Da arbeiten auch ganz viele Start-ups zusammen in einer ehemaligen Brauerei. Ab dem 1. Juli übernehmen dann die ERG-Stiftung und E.ON das Kolosseum-Theater. Der Spielplan geht aber noch bis zum Ende des Jahres. Die ERG-Stiftung bespricht für die Events ab Juli deshalb Alternativen. Wer schon Tickets hat, wendet sich am besten direkt an den Veranstalter. Die Jecken bei uns in Essen stehen quasi schon in den Startlöchern. Noch eine Woche, dann gibt's wieder den großen Rosenmontagszug in Rüttenscheid. Der ist dieses Jahr aber etwas kürzer als sonst. Denn vor der Philharmonie ist eine Baustelle, deshalb ist schon an der Kreuzung Hüssenallee Schluss. Damit steht auch die Ehrentribüne dieses Jahr woanders, nämlich am Stadtgarten. Ansonsten bleibt alles gleich und das gilt auch für den zweiten Rosenmontagszug durch Kupferdreh. Und was war überregional wichtig? NRW-Ministerpräsident Laschet hat sich für ein Führungsteamer der CDU ausgesprochen. Der Partei tue es gut, wenn Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten würden, sagt er. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte letzte Woche angekündigt, ihren Posten in Zukunft abzugeben. Nach einem illegalen Autorennen in Mörs ist einer der Fahrer zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Klever hat die Tat des 22-Jährigen als Mord gewertet. Er war mit seinem Sportwagen in den Kleinwagen einer Frau gerast, sie war danach gestorben. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht gibt es einzelne Schauer und es gibt weiter kräftigen Wind, davon gibt es auch noch mehr morgen tagsüber. Dazwischen lockert es aber auch mal auf, die Temperaturen steigen auf 8 Grad. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh ab 6 Uhr bei Radio Essen im Programm. Genießt euren Abend und bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.